So, die Frage ist, fange ich jetzt gleich an, Sachen durchzuskippen, weil es wiederholt sich. Teddy Long, wichtige Wahl. Nun, was? Scheinbar wollen MacMan und TommyBell dir die Chance geben, zu December December gehen und den E-C-Bell Mist mitzumachen. Oder du verziehst es darauf und trittst stattdessen bei SmackDown an. Wie entscheidest du dich? Ja, komm, gehen wir mal mit, was soll's. So, was soll's, mitnehmen. Okay, dann sind wir jetzt beim ECW Pay-Per-View angekommen und können direkt loslegen. Wie heißt der was? December to Dismember. Ah, ja, okay. So, wo stehen wir auf der Card? Ganz am Anfang, gegen Sandman. Alles cool, ist ein Hardcore-Dingsmatch, ist okay, das sind schnell die Dinger. Finde ich in Ordnung. Finde ich vollkommen in Ordnung. Können wir loslegen? Ich hätte, glaube ich, Pay-Per-View auch ablehnen können, ne? Also hätte ich, ja klar, aber so. Ich glaube irgendwie nicht, dass mir das Match hier viel bringt. Ich überlege einfach schon zu sagen, dass das mit dem Spiel war. Also, weil die 100% zu erreichen, das wird mir ja viel zu lange dauern. Vielleicht simuliere ich einfach ein bisschen durch. Ach, keine Ahnung. Ist das jetzt nicht ein Hardcore-Match? Die Q ist aus, na wunderbar. Easy Dab, ja. Easy Dab kriegt ihr. Ich hol den Tisch, kein Problem, entspannt euch. Er holt auch was. Oh, einen Stuhl. Ja, klar. Der holt einfach einen Stuhl. Hä, was ist denn das? Hallo, was? So, sitzt. Okay. Kann man auf die Mütze hier geben? Oh. Bam. Genau, steh auf. Bam. So, jetzt kommst du mal mit und dann gebe ich dir schönen Finisher durch den Tisch. Jawohl, da ist der erste Tisch weg. Ach so. So kann man das auch machen. So, ähm, Vorschlagkammer. Zack. Was soll denn das? Oh, da war auch. Ekelhaftes Sound. Na komm. Na komm, sag, schau. So, warum auf dem Ball? Ich treffe den Oberkörper, was soll denn das? Weg, Schiri, weg, 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 weg. Trifft das? Trifft, wunderbar. Wie viel, wie sieht sein Oberkörper aus? Okay, ich seh's nicht, wunderbar. Perfekt. So, Leit, ne, komm, Kenten, ja, Kenten, ja, Kenten, das Dicks gehen auch mal. Gelbe Oberkörper, na gut, ist jetzt auch nicht so gut. Oh, diese Sauten sind aber auch wirklich unangenehm. Warte mal, warte mal, warte mal, so. Was dein Immunzort, dann sitzt er nämlich in der perfekten Lage für den Spier. Yep. So, morgen machen wir gleich schon los, direkt. So, kurz noch zelebrieren. Jetzt machen wir Schluss. Reicht jetzt für ECW. Eins, zwei, drei. Oh, kurz Intermezzo. Dann war's das auch schon wieder. The Every was, Extreme Icon, oh ja. Melina, mhm. Ich simulier einfach direkt zunächst Pepperville, glaube ich. Ich glaube, dadurch erreicht man tatsächlich den meisten Legendenfortschritt. Oh. Derselbe Pepperville hatten wir schon mal. Jetzt bringt er vier, fünf Leute. Ich hätte es einfach überspringen sollen. Es wiederholt sich echt jetzt. Oh, die Storyline hatten wir schon. Ich glaube, die 100% erreichen wir nicht. Das ist nur so eine Vermutung. Ich glaube, wie viel kamen beim ersten Mal noch? Drei weitere Superstars oder so? Meine Güte. Du meinst, das ist richtig geil. So, second chance. Ja, die werden noch weitere drei Chancen bekommen. Ai, 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 ai. So, was hole ich mal raus? Eine Tonne. Oh, komm, meine Mülltonne geht auch. So. Oh, der holt direkt den Tisch raus. So empathisch. Muss ich den nicht raus tun? So, komm mal rein mit dem Ding jetzt hier. Oh. Hier wird ordentlich drauf gehauen. Glaubst du wohl liegen, Mensch? So, jetzt machen wir noch den Tisch kaputt. Am besten mal hier hinstellen, ne? Jawohl, da werde ich ihn ja wohl noch treffen. So, Markus, komm, schnell mal auf hier. Going down, down, down. Oh. Falsches Knöpfchen. Oh, hoppala. Nah. Finisher. Das ist auch nicht schlecht. Sehen den Oberkörper nicht. Nichts. Da ist gar nichts dran. Aber wenn nur noch Weich hinsitzen. Ja, aber ich habe jetzt Bestätigung, das wiederholt sich. Das heißt, es wird durchsimuliert. Hier wird jetzt gleich durchsimuliert. Da kenne ich nichts. Oh. Kriegt noch den Sound. Steini-Munz-Sold. Und dann sitzt der wieder perfekt in der Reichweite wie mein Spier. Yep. Bam. Äh, Oberkörperklub testen? Na, egal. Einfach draufsetzen. Und pinnen. Oder auch nicht. Der hat ja gar keinen Schaden genommen. Das ist übel. Das ist ein bisschen übel. Mal, lass doch mal jetzt hier meinen Hammer in Ruhe. So, Orange. Dann ist aber gleich Schluss. Spear, 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 Spear. Ne, ne, ne? Doch, 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 doch. So, Nummer 2 von Easy W auch besiegt. Reicht dann auch irgendwann, ne? Komm, mach Schluss hier. Eins. Zwei. So, Nummer 2 auch besiegt. Aber das war's wahrscheinlich nicht. Kam beim ersten Mal nicht auch noch CM Punk raus? Ja, ne? Und dann kommt bestimmt gleich Bobby Lashley. Naja, keine Ahnung. Ah, nee, das war im Hardcore-Champion schon, glaube ich, da verloren, ne? Ja, keine Ahnung. Die Storyline wiederholt sich trotzdem ein bisschen. Naja, naja. Müssen wir durch. Müssen wir durch. Jetzt kommt der Nächste. Ja, es ist... Wiederholt sich, wiederholt sich, finde ich gut. Okay, müssen wir mal durchsumulieren. Es gibt jetzt Folge für Folge, Pay-Per-View nach Pay-Per-View. So lange bis oben rechts. Fucking Legende steht. Dann kann ich Filme auch 2009 beschleunigen, dass wir bald mal starten können. Ist ja übel. Arrive, race, hell, leave. So, nehm ich. Wer ist es? Oh, okay. Genau, beim letzten Mal kam auch Bobby Lashley und haben wir durch einen illegalen Eingriff oder so unseren Hardcore-Championship verloren, ne? Ich glaube, so war das. Jetzt habe ich keinen Titel. Also, ich habe meinen Titel, aber... Deswegen pinnt der mich, glaube ich, nicht, oder? Och, keine Ahnung, was jetzt hier gleich abgehen wird. Oh, oh. So. Komm mal raus hier. Ja, komm mal raus, wenn du schon mal so frei bist. Hoppala. Ein Tisch holt der direkt raus, aber auch nett. Der ist aber auch nett. So. Jetzt stehen wir auf, Mr. Bobby Lashley. Oh. Ja, so geht's auch. Finisher. Jetzt ist aber auch ein dummer Finisher, ey. Ach, naja, muss man auch durch, ne? So, nächster Vorschlag, kann man rausholen. Nächster Vorschlag, kann man rausholen. Und bam. Trinkt auch wieder gar keinen Schaden. Nein, was machen wir denn? Oh. Kann ich hier draus nicht Finisher machen, ey, ne? Oh. Ja, so geht's auch. Oh, 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 schnell, mach schnell, ich muss nur Finisher ausfüllen. Komm, 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 komm. Ah, das war... Mh. Der ist reicht so nicht. So, ich brauch noch was, komm, immer hier. Na, komm. Äh, Vorschlaghammer, der Nächster. Oh. Nein, haut drauf, nicht so was. Und tschüss. So. So, und Finisher, und dann war's halt auch. Meine Güte. So, ob wir jetzt vor 20 Folgen das Ding hier nochmal spielen. Nein, das ist Robbeck. Oder auch nicht. Ah, das ist toll, wiederholt sich, finde ich gut. Aber naja. Hoh. Ich verarschen? Was soll denn das hier? Was soll denn das jetzt hier? Was soll denn das jetzt hier? Komm. Komm. Eins, zwei. Ach, scheiße. Der will noch nicht. Das ist kein Problem. Ach, roter Oberkörper. Okay, das war's schon. Das war's schon. So, Controller weg, das war's. Okay, hätten wir das auch wieder geschafft. Pinfall. Okay, also ich muss tatsächlich jetzt 2009 spielen. Das Ding hier ist eigentlich durch. Mal gucken, wie ich's regle. Vielleicht simuliere ich jetzt auch einfach so durch und dann starte ich die Aufnahme, wenn was Neues passiert. Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Irgendwie sowas. Sowas passiert jetzt. Okay, ich bin einfach ein Sieger. Okay, ich bin einfach ein Macher. Perfekt.